Meine Position ist, wir haben dazu ja eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, nämlich eine Grundrente mit einer Prüfung der Bedürftigkeit. Und davon rückt die SPD ab und sie besteht nun darauf, dass eine Solidarleistung erfolgt, ohne dass Bedürftigkeit vorliegt. Das ist wirklich in unserem Sozialsystem eine grundlegende Veränderung in die falsche Richtung, denn es muss ja finanziert werden von Steuerzahlern, und Steuerzahler machen das auch, die Bürger sind ja zur Solidarität bereit, aber doch für diejenigen, die bedürftig sind. Welcher sozialdemokratische Stammwähler, der ein normaler Arbeitnehmer ist, soll denn davon begeistert sein, dass er von seinem Einkommen Steuern bezahlt, mit denen eine Leistung finanziert wird, die nicht nur für die Bedürftigen, sondern auch für Nichtbedürftige ist. Ich glaube, also die SPD hat das Recht, sich zu verirren, aber ich glaube, es ist ein Irrweg. Für uns ist das Thema Grundrente halt ein wichtiges, weil wir glauben, dass man Menschen helfen muss, die nach 35 Jahren Arbeit und Beiträge zahlen, weniger haben als diese 850 Euro. Und deswegen glauben wir, dass es diese Grundrente braucht. Davon gibt es übrigens auch genug in der Union, die das glauben. Wir waren ja einem Kompromiss schon sehr nahe. Es gibt ja auch ganze Landesverbände der CDU, die das unterstützen. Genau, es geht aber um die Bedürftigkeitsprüfung. Ja klar, aber auch die Bedürftigkeitsprüfung ist ja in der Union sehr umstritten. Also es ist ja nicht so, dass wir da ganz alleine auf dem Spielfeld sind. Und da muss man jetzt zu einer Lösung kommen. Aber wir müssen natürlich schon aufpassen, dass wir in Zeiten, in denen wir nicht auf Rosen gebettet sind, auch finanziell im Bundeshaushalt, wir nicht Geld ausgeben, das wir für Zukunftsprojekte brauchen. Und bislang ist es einfach so, dass die Milliardenbeträge, die dafür genannt worden sind, auch seitens der SPD, ganz sicherlich nicht generationengerecht sind. Und deswegen müssen wir darüber noch mal reden. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir über die Frage der Ausgestaltung einer Einkommensprüfung sprechen. Denn gemeinsames Ziel war es doch, Rentnerinnen und Rentner zu entlasten, die ein sehr, sehr geringes Einkommen haben. Und da müssen wir wissen, gibt es neben dem Einkommen aus Erwerbsarbeit möglicherweise noch andere Einkommensarten, Miete, Aktienpakete. Diesen Menschen, auch wenn wir das ihnen gönnen würden, können wir nicht helfen, weil dazu natürlich die Mittel fehlen. Und drittens, und das ist mir einfach auch wichtig, muss man schon auch noch mal darüber nachdenken in den heutigen Zeiten, dass das Geld, das wir ausgeben für soziale Leistungen, auch verdient werden muss. Es wird immer noch in der Wirtschaft verdient. Und deswegen müssen wir miteinander in der Koalition auch darüber reden, welche das Wirtschaftswachstum stärkenden Maßnahmen da im Zuge ergriffen werden können. Das war's für heute. Herr, das war's für heute. Nachbauchstum? Über das, wenn das Ganze so schnell hergewogen? Für mich darauf者 sind, machen wir keine Ernährung. Wie sagt es, was ich schon. Das war's für heute.